Bevor wir jetzt zur Auflösung von unserem Gewinnspiel kommen, möchte ich euch noch über eine Serviceleistung von uns informieren, beim leistbaren Wohnen. Das ist ja bei uns bereits beim Bauvorhaben Balting am Grabensee schon ab 134.000 Euro losgegangen. Wenn ihr Interesse an unsere Wohnungen habt, dann haben wir die Möglichkeit, euch einen Beratungsgutschein zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt zu einem Anwalt gehen, wo ihr euch über eine Kaufobwicklung einer Immobilie informieren könnt, bevor ihr einen Kaufvertrag unterschrieben habt. Dort erfahrt sich alles über die Kosten, über den Ablauf, was muss ich dort unterschreiben, was kommt auf mich zu, wie geht denn das Ganze, damit alles transparent ist und damit man eindeutig versteht, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. So, heute kommen wir zur Verlosung von Sparbuch Nummer 3 und Sparbuch Nummer 4. Insgesamt verlassen wir ja acht Sparbüche. Jetzt schauen wir, wer der nächste Gewinner oder Gewinnerin ist. Achtung, schauen wir, und zwar Gewinnerin ist die Petra Thaler, ist die Gewinnerin von Sparbuch Nummer 3. Und dann schauen wir, wer kommt als nächster dran. Als nächster kommt die Lara Kank, ist die Gewinnerin von Sparbuch Nummer 4. Ja, und nicht traurig sein, wenn sie nicht dabei gewesen sind, wir starten natürlich mit einer weiteren Runde und dann schauen wir, wer die nächsten Gewinner sind. Nähere Informationen www.kainz-gruppe.at